Ja hallo, heute Samstag, der 17. Oktober 2020. Hinter mir das Polizeipräsidium Frankfurts. Ich zeige das mal. Ein ziemlich großer Bau. Ja, also die Ausmaße sind wirklich enorm. Es ist noch gar nicht so alt. Ich glaube vor zehn Jahren erst fertiggestellt. Und innen drin im Innenhof ist noch mal dieselbe Anzahl an Gebäuden unglaublich groß. Und man fragt sich irgendwie, ja, das alte Polizeipräsidium würde hier ungefähr locker drei, vier Mal reinpassen. Das alte Präsidium Frankfurt am Main. Man fragt sich, warum denn so groß? Und so viel Polizei. Sind die wirklich nur dazu da, uns zu beschützen? Oder beschützen sie in Wirklichkeit jemand anderen?